Szenen wie in einem Action-Blockbuster haben sich am Donnerstag zwischen Rangweil und Bluedenz in Vorarlberg abgespielt. Die Chronologie einer Eskalation in Etappen. Am Donnerstag wurde der Polizeiinspektion Rangweil gemeldet, dass ein sichtlich aufgebrachter Mann aus der Region Bluedenz im Landeskrankenhaus Rangweil angerufen und damit gedroht habe, dem Spital einen Besuch abzustatten. Und zwar mit Steinen bewaffnet. Die Drohung wurde auch deshalb ernst genommen, weil der 40-Jährige bereits zu einem früheren Zeitpunkt aus dem Krankenhaus verwiesen werden musste. Vor Ort angekommen warteten die Polizisten zuerst vergeblich auf den Steinewerfer. Kurz nachdem sie wieder abgezogen waren, folgte allerdings schon der nächste Notruf aus dem Spital. Der Mann sei es da, hieß es. Und er habe wie angekündigt Steine mitgebracht. Eine Polizeistreife fand den Wüterrichtern tatsächlich vor Ort und sprach ihn sogleich an. Dieser trat allerdings umgehend die Flucht an. Er setzte sich in sein Auto und raste davon. Ein Polizist versuchte noch vergeblich, das Fahrzeug anzuhalten. Was folgte, war eine wilde Verfolgungsjagd. An einer ersten Straßensperre in Form von zwei Polizeiautos, die die Fahrbahn blockierten, raste der Mann einfach vorbei. Die dort positionierten Beamten mussten zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Danach ging die Höllenfahrt weiter in Richtung Feldkirch. Mit zwei Polizeiwagen im Schlepptau. Dabei stieg der Amokfahrer immer wieder unvermittelt auf die Bremse. Mit der Konsequenz, dass der direkt nachfolgende Einsatzwagen ins Heck des Fluchtwagens krachte. Beim Versuch eines Polizeiwagens, den PKW des 40-Jährigen zu überholen, rammte dieser mit seinem Auto kurzerhand den Dienstwagen. Kurz darauf stieg er abermals voll auf die Bremse, wodurch es wieder zu einer Kollision kam. Und zwar mit gleich beiden Polizeifahrzeugen. Auch zwei weitere Straßensperren, einen Feldkirch und einen Frastanz durchbrach der Mann. Dann allerdings fand die Irrefahrt ein spektakuläres Ende. Im Blutdash versuchte der Flüchtige abermals, ein überholendes Polizeiauto von der Straße zu rammen. Bei der Kollision verlor er allerdings die Kontrolle über seinen Wagen und donnerte mit diesem in ein Bachbett. Kurz darauf klickten schon die Handschellen, die Bilanz der Verfolgungsjagd, vier verletzte Polizisten und drei demolierte Einsatzwagen. Was genau den Mann so in Rage gebracht hatte, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Für ihn wird der Vorfall jedenfalls gröbere Konsequenzen haben.